Ich hab's nicht mit. Okay. Warum musst du mir eigentlich immer die Freundin wegnehmen? Hier ist noch ein Ei drin. Ja schön, aber kein Platz. Du musst das Ei mitnehmen! Was soll ich wegwerfen? Guck mal was Sinnloses. Pflanzenfasern. Meine Pflanzenfasern weg. Pflanzenfaser ist so schnell wieder. Stimmt auch. Ja guck mal, du bist gerade mal 4 überladen. Ich bin 18 überladen. Ne. Weil ich halt männlich bin. Männlich. Uhren hinten wollen wir noch wer. Wo? Wo sind wir? Wir machen ein Ei. Was ist denn da schon wieder beschädigt? Aber wer das gerade kriegt. Was ist beschädigt? Ja keine Ahnung. Beschädigte Rüstung. Ich hab's gerade gerichtet. Gerichtet oder beschädigt? Ich hab's gerade beschädigt. Männlich. Jetzt ist es immer noch kaputt. Komisch. Sehr komisch. Männlich. 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 So läuft man männlich etwas schneller. Oh. Wo ist der wer? Wo ist der wer? Ja Max, ich lauf dir nach, aber du redest mir immer so weit weg. Das kann gar nicht sein, weil ich jetzt schon seit einer viertelten Stunde an der gleichen Stelle stehe. Weil ich gerade zwei Betonblöcke weggehe. Mit einer fucking Steinachs. Also, ich weiß es ja auch nicht. Du hast ja Spaß damit. Übrigens, hier ist auch noch ein Buch, Zeitschrift Sturmgewehr. Was hab ich denn überhaupt? In dem was? Ah, nix. Mais. Mais. Was ist mal so? Goldruder. Was mit d-d-d-d-d-d-d? Ach, hier war fett. Ich hab die Rüstung, glaub ich, bald weg. wieso hast du weg ja halt die schröpflichen moni bleibt hier aber da stellt sich beschädigt was beschädigt so jetzt haben wir das abstand zeitschriften eingelegt genau das geld da rein genau ich seh mir aber immer mal ein paar steine behalten drückt doch einfach auf den sortierbutton noch nicht drin noch nicht drin dann kannst du da shift und links klick ja ist mir zu aufwendig zu aufwendig wirst du aber jedes heft insel rüber zieht die schmütze aufwendig noch eins einzeln am meisten spaß das ist aber nicht männlich nicht männlich wo wo ist denn jetzt wo sei denn seien denn seien denn hier überhaupt in ihrem auf der heide schön einmal ein zweites mal und keine scheißerei ich habe jetzt zwei alte sandwiches hintereinander gegessen keine scheißerei ob ich auch mache ich habe scheißer reingekriegt ich habe immer wie im schießen aber sehen du dich kann muss beim haupteingang reinge und dann links da ist ein loch in der wand dann stehst du genau bei mir und erntewerkzeuge danke ich kann jetzt allgemein steinwerkzeuge der qualität vier herstellen das was ich habe bis 23 23 mehr habe ich nicht kann ich kann jetzt hier auf dem kopf recht dann muss das nicht so hier nicht wirklich zehn schuss 6 erhalte die langer ist in sechs worte das wird die nacht ja ich kann dir im gegenzuge auch bis drei munition anbieten holo die auch auf danke schön bitteschön ich packe jetzt einfach mal bei die medizin und klamotten und sagen hier packe ich jetzt mal die anderen 24 extra dass du die money aufkommt ja die drei knüppel besser geht noch nicht macht eine stau das wird so nassier es regnet schon wieder sondern ist wir haben noch nicht immer eine unterdachung baublöcke baublöcke das wird so was ich gerade sehe ein hirsch nicht trennen nicht trennen nicht trennen ich will schießen das hat nicht geklappt nein nicht ganz wahrscheinlich ein stück zu weit ja im nebenraum das sind ganz ganz viele das sind ganz ganz viele was denn holen ganz ganz viele und ich komme nicht weg ich sehe gar nichts mehr ich sehe auch nicht viel ich sehe wie sie dich mampfen ja schön ich habe dich nicht gesehen ja ich wurde auch in einen raum reingedrängt konnte nicht helfen bei hinter mir waren die ganzen mit die geben auch die biker mit die geben auch die beiden geben die ferrers hört aber auf so laut zu donnern und bei mir ist nicht laut bei mir scheppert das im ohr was zu laut gestillt ja aber sonst hast du die zombies ja nicht die typen so fair aus doch lieber das andere da meine kraft abklatsch ja das fachsinnene reising weil so irgendwie reising heute schwäß nicht das sieht das sieht nicht so besonderlich berauschend aus als wir uns wechseln was ich hab da jetzt gestern aber auch nicht ich steige mal aus und gerne mal eine raum ok das wäre eine idee ja das bockt heute überhaupt nicht ich bin gleich wieder da ok wir hatten da geschrieben ach so video ist wieder kommen ja video ist wieder kommen von dir ich komme gleich ja ich bleibe aber da drinnen ok ja Das war's für heute. Jetzt geht das alles ein bisschen schneller von der Hand hier. Weil ich werde wahrscheinlich auch wechseln, wenn Holo wieder da ist. Was für wechseln? Spiel wechseln. Ach so. Mhm. Was machst du denn? Wo du hast ja was anderes Spiel nicht. Wahrscheinlich. Was für ein Spiel? Weising Bell. Nö. Hab ich nicht. Hast du nicht. Aber ich lass mir das gerne schenken. So viel Money hab ich nicht. So viel Money hab ich nicht. Bestimmt. 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 Hallo? Bin wieder da. Bist du wieder da? Willst du wechseln? Äh. Na da steig ich heute nimmer mehr ein. Dann tue ich auch. Dann tue ich auch wechseln. Stierst du da stirb ich so oft. Ich weiß nicht warum heute. Das ist ne. Dann Grummel. Danke fürs Mitspielen. Oh da musst du mich ja mal auslocken. Mhm. Ist gut. Also dann. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten. 100.000 Mal gestorben. Bis zum nächsten Mal gestorben.